Angstzustände, Angststörungen und Panikattacken, ja, das ist die wahre Pandemie des 21. Jahrhunderts. So viele Menschen leiden unter diesen Problemen. Ja, sie können manchmal nicht mehr ihren Alltag bewältigen und es ist ein ganz stilles und leises Leid und sehr einsam. Ja, so still und leise und einsam wie diese Straße hier. Und die allermeisten Menschen, die darunter nicht leiden, können sich nicht einmal vorstellen, wie schlimm das sein kann. Ja, ich selber weiß das nur zu gut, denn ich habe selber unter dieser Problematik so lange darunter gelitten. Ja, und ich habe sehr viel gemacht, ich habe sehr viel getan. Ich habe Welzer an Büchern gelesen, ich habe an Seminaren teilgenommen, bis irgendwann mal in mir selber die Erleuchtung gekommen ist und ich verstanden habe, was die wahre Problematik des menschlichen Gehirns ist und warum und wieso wir uns eigentlich immer nur so schwer aus Angstzuständen und Panikattacken befreien können. Und dann habe ich mich entschlossen, ein eigenes Buch für dich zu schreiben. Dieses Buch heißt Angststörungen und Panikattacken loslassen. Es ist nur für dich. Es ist für alle Menschen da draußen, die wirklich, wirklich von Herzen wollen, dass sie sich davon befreien. Ja, und dieser Stapel hier an Büchern, der ist zwar schwer, aber der ist Gott sei Dank nicht so schwer, wie dieses Leid, das du momentan mit dir herumträgst. Und das ist auch genau der Grund, warum ich möchte, dass du dieses Buch liest. Du kannst es dir jetzt auf Amazon holen, lesen und ja, vor allen Dingen daraus lernen, damit auch du endlich, endlich frei wirst von dieser Problematik und wieder ein Leben führen kannst, wie es du dir letztendlich auch verdient hast. Dein Juan.